hallo leute und herzlich willkommen zu meinem neuen video heute kommt mir aber ja bevor wir anfangen ich habe keine fettige haare es ist kokosöl es ist halt so wenn man jetzt zum beispiel denkt man schwitzt oder man schwitzt halt wirklich dann holt man sich so ein deotuch reibt es sich halt unten in den achseln und ich muss sagen wo ich geschwitzt habe habe ich mir so ein deotuch benutzt und es war der hammer ich finde es der hammer also so was muss ich wirklich wieder nachkaufen wie gesagt wenn ihr auch so leute seid ihr einfach schwitzen und man müsste kein dio spray oder rohron mitnehmen sind so ein tuch wirklich richtig toll hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video heute kommt ein what in my friend ich habe mir auch einen kaffee gemacht hier steht es also na ja ich bin jetzt nur um das sein in mein auge weg zu machen wenn ich auch schon ich hab sie schon in geboren sind doch die wozu sind in geboren sind in dieser wunderschönen kiste drin ich finde duft erst mal mega hammer oberm achten tippen geil so pump spinnest mein ich krieg da noch runter also man beim schwätzen kriegt man runter und sehr toll ich muss wieder kaffee trinken lecker lecker auf jeden fall zum beispiel in ihrem volk kaffee trinken lecker 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 bei der probertät und ich muss wieder trinken lecker 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 ab jetzt kommt ja lecker 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 wartet mal hier erst mal habe ich euch angespuckt auf mich nicht so man das wäre es noch wenn ich euch angespuckt hätte 5 von baile bei der duft einfach der ober hammer mega auf dem tippen geil ist einfach ohne scherz ich mag diesen durfte es wirklich richtig richtig kommt man leute mein kaffee macht mich als zartelig lecker lecker ah ich liebe und das ist oh ist das go 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 doft